Noch etwa 100 Meter bis zum Start, Teilnehmer ab, ums Kommando bemüht sich hier gleich Bunker Nummer 4, Lord Possess, den neunjährigen österreichischen Braunen Wallach von Selbstpossess, aus der Bulle Hainover, aus dem Besitz des Stadels Team Neuhof, Trainer und Fahrer hier, Peter Schwarzenmüller, sie liegen in Front, dann an zweiter Stelle sieht man Barthelon, den fünfjährigen österreichischen schwarz-braunen Wallach von November, aus der Norte Lohn, er aus dem Besitz von Gerhard Oswald, Trainer und Fahrer hier, Harald Sikora, an dritter Stelle sieht man dann Etol Derac, die sechste jährige französische Fuchsstute von Soleil Diffance, aus der Bebiet Derac, aus dem Besitz des Stadels Team Neuhof, Trainer ist hier, Peter Schwarzenmüller, Fahrer Karsten Millek, dann an vierter Stelle, Valerio Jett, der elfjährige französische Braunen Wallach von Ganymed, aus der Jessica Jett, aus dem Besitz von Josef und Astrid Rupp, Trainer ist hier, Sascha Fischer und Fahrer Josef Rupp Jr. Vorne tut sich hier nichts, Lord Possessis in Front, Etol Derac kommt in zweiter Spur weiter, innen sieht man Barthelon, an vierter Stelle dann Valerio Jett. So kommen die Teilnehmer auch auf die Gegengerade, vorne Lord Possessis in Front, und das alles nach einem ersten Kilometer von ungefähr 18,5, Lord Possessis in Front, dann an zweiter Stelle innen Barthelon, in zweiter Spur dann noch Etol Derac, die hier allerdings einen Fehler begeht, dann sieht man an vierter Stelle Valerio Jett. In Front, Lord Possessis, an zweiter Stelle Barthelon, der hier herausgenommen wird zur Attacke und ziemlich gut aussieht, innen Lord Possessis, außen Barthelon mit der Schlussattacke und dahinter an der dritten Stelle Valerio Jett. Innen Lord Possessis, daneben Barthelon, so kommen die beiden Teilnehmer den Einlauf herunter, innen Lord Possessis, aber Barthelon ist bereits vorbei, somit Einlauf. Der heutigen Probelauf, eins, vier, fünf und drei, eins, vier, fünf und drei, Einlauf, vorläufig natürlich. Okay, das passt jetzt, okay, und jetzt die nächste muss man auf Network, und in der, da steht Streaming Format, jetzt alles passt.